Herzlich willkommen zu einem kleinen Nachschlag meines Pluto-Videos. Und zwar habe ich nochmal über Pluto im Wassermann meditiert und nachdem ja jetzt immer in den Medien die künstliche Intelligenz als die größte Gefahr dargelegt wird, dass man sagt, man muss jetzt sofort die Forschung stoppen, wir sind noch nicht so weit, dann passt das ja durchaus mit Pluto im Wassermann super zusammen, der ja jetzt das erste Mal so im Wassermann gerade ist. Wir sind ja gerade in Pluto im Wassermann und erleben einen Vorgeschmack und auf einmal hört man, Achtung, künstliche Intelligenz, also Maschinenintelligenz, könnte die menschliche Intelligenz auf einmal überschreiten und es würde zu einer großen Gefahr werden. Und das passt zu Pluto, die Macht der Hochtechnologie, die Macht der ganz neuen technologischen Errungenschaften. Und jetzt ist die Frage natürlich, kann das tatsächlich uns so stark beeinflussen und zu so einer großen Gefahr werden, dass der Mensch an sich bedroht wird über künstliche Intelligenz. Und da muss ich jetzt einen Ansatz wählen aus meiner Arbeit, auch aus meinem energetischen Denken. Ich bin der Meinung, auch wenn die Hilfsmittel immer intelligenter werden, immer mehr Chancen da lauern, glaube ich nicht, dass es da jetzt darum geht, Angst zu haben. Das ist gut, Respekt vor dieser Technologie zu haben, wie vor jeder Technologie, dass ich sage, es ist gut, Respekt und Achtung vor einer Technologie zu haben. Ich erinnere da jetzt nur mal zum Beispiel an eine Atombombe. Da ist es gut, dass die nicht wahllos eingesetzt wird, weil man weiß, okay, da haben wir jetzt was, da haben wir die Büchse der Pandora geöffnet mit solch einer Technologie. Und wenn man jetzt künstliche Intelligenz so nutzt, dass man sagt, das unterstützt den Menschen und treibt uns als Menschheit weiter, dann finde ich das fantastisch. Und eins hat die künstliche Intelligenz nicht, vielleicht lernen sie zu denken. Aber die Seele, das ist ja der Punkt, was treibt dann diese Intelligenz an? Was ist denn dann das Licht, das diese Intelligenz antreibt? Und davon bin ich überzeugt, dass es diesen Schritt natürlich nicht hat und dass das der wesentliche Unterschied zum Menschen ist. Und egal, wie wir mit dieser Technologie mal umgehen werden, und ich hoffe, es wird verantwortungsvoll sein, aber wie ich und wie die Geschichte der Menschheit ausschaut, wird es Licht und Schatten geben, wie bei allem, was so kommt. Denke ich einfach, dass es dadurch Große den Versuch gibt, wirklich Macht auszuüben über diese neuen Technologien, aber auch auf der anderen Seite, dass sich ganz viel kreatives Potenzial entfalten wird durch diese Technologie. Und eben wie gesagt, Pluto Wassermann, das ist ein super Thema, künstliche Intelligenz übernimmt uns die oder nicht. Und aus dem Bauch heraus und aus dem, was ich jetzt so wahrnehmen kann, bin ich davon überzeugt, dass sie uns nicht übernimmt. Ich bin davon überzeugt, die wird reguliert, da wird es einen Deckel geben und das wird jetzt nicht so, dass der Terminator unbedingt Realität wird. Und das, was dich zum Menschen macht, egal wie beeindruckend deine Computerprogramme sind, egal wie verlockend das ist, diese Erleichterung, die du dadurch erlebst. Letzten Endes bist du ein denkendes, atmendes Wesen mit einem Kern, mit einem Zentrum. Und lass dir dieses Zentrum nicht madig reden oder lass dich da auch nicht schwach machen oder lass dich nicht zu einem Computerbenutzer machen, sondern du bist eine Schöpferin, du bist ein Schöpfer in deinem Leben. Du hast ein unendliches Potenzial in dir und das gehört wieder geweckt. Du hast Seelenbilder, unendliche Seelenbilder in dir. Und auch wenn du Programme nutzt, wie Bildgenerierungsprogramme mit Journey oder JetGPT, der Funken, das kreative Licht, das Bewusstsein kommt von dir und aus dir raus. Und eine virtuelle Welt, eine digitale Welt, eine Herrschaft künstlicher Intelligenz kann nur dann geschehen, wenn du es zuletzt. Du in deinem Leben, jeder in seinem eigenen Leben. Wenn du zuletzt, dass Technologie dich bestimmt. Und dann musst du noch nicht einmal künstliche Intelligenz sein. Da reicht schon völlig durchschnittliche Intelligenz bis untere Intelligenz, die auf TikTok irgendwelche Späßchen treiben. Das reicht ja auch schon, um dich von deinem Licht abzutrennen. Also da braucht man wahrscheinlich gar keine künstliche Intelligenz. Aber die Entscheidung, wie du was konsumierst und wie du etwas benutzt, die liegt immer noch bei dir. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese Gefahr, die dazu provoziert wird, nicht das wirkliche Thema sein wird. Mit einem bewussten, klaren Umgang mit diesen Technologien wird nichts geschehen. Vertraue ich da jetzt jedem, jedem Konzern oder jeder Firma, dass die das so machen? Nein, aber ich vertraue den Menschen. Ich vertraue dir. Nicht mal den Menschen als Masse, sondern ich vertraue dir als Individuum, dass du so bewusst bist und das ganz klar nutzt für dich. Und dann aber auch den Unterschied zwischen Leben, dem lebendigen und einer lebenden Intelligenz, auch wenn die vielleicht eingeschränkt ist. Natürlich haben wir nicht das Internet im Kopf. Aber das brauchst du auch nicht. Eine wirkliche Intelligenz, eine menschliche Intelligenz, die brauchst du zwischenmenschlich, die brauchst du zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, die brauchst du zu deinen Kindern, die brauchst du zu deinen Nachbarn in deiner Arbeit, mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Aber die brauchst du nicht, dass du quasi dann Google wirst, sondern es geht nur darum, dass du da ein Mensch bist und dass du dich daran erinnerst, woher du stammst. Und zwar wirklich stammst, nicht von deiner Familie. Natürlich stammst du von deinen Eltern ab zum Teil. Aber wo kommst du her? Wo warst du vorher? Und genau zu diesem Ursprung, zu diesem Licht solltest du immer wieder zurückkommen und dich zurückerinnern. Und wenn es dich interessiert, da mehr dran zu arbeiten, schau mal rein auf meine Homepage. Ab 15. April startet die Ausbildung Mediale Energetik, wo es natürlich ganz stark um dieses innere Licht geht, wo es ganz stark um diese Bewusstheit geht. Wie du natürlich auch dann mal so nach vorne schauen kannst, so in die Zeit reinschauen kannst, die Wirklichkeit der Energie, die Wirklichkeit der Seele auch wahrnehmen kannst und dich immer mehr damit beschäftigen lässt. Also informiere dich gern. Ich freue mich, wenn du dabei bist, ab 15. April im wunderschönen Linz. Und bis dahin, hab keine Angst, das ist immer das Wichtigste. Sei ganz klar für dich, ganz bewusst und lass dich nicht irgendwie kleinreden von irgendetwas, das so viel mächtiger ist als du. Du bist nicht onmächtig, du bist sehr, sehr kraftvoll und du bist jederzeit in der Lage, dein Leben aktiv, beseelt und inspiriert zu gestalten. Und das wünsche ich dir an diesem Sonntag, dass dir das gelingt, dass du mal durchatmen kannst, dass du wirklich sagen kannst, ja, das passt für mich. Eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Arani. Bis nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.